Hallo zu unserem dritten Video mit nützlichen Vokabeln und Sätzen, die man beim Arzt verwenden kann. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns einen Like und einen Kommentar da und folgt unserem Kanal. Fangen wir an! Der Arzt Der Arzt Die Ärztin Die Ärztin Der Augenarzt Der Augenarzt Der Frauenarzt Der Frauenarzt Der Hautarzt Der Hautarzt Hals-Nasen-Ohrenarzt Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Der Zahnarzt Der Zahnarzt Der Tierarzt Der Tierarzt Der Veterinär Der Veterinär Der Kinderarzt Der Kinderarzt Der Schirurg Der Schirurg Der Hausarzt Der Hausarzt Der Hausarzt Der бросiliere Die Arzt-Praxis Der Termin Der Termin, das Symptom, das Symptom, das Fieber, das Fieber. Der Schnupfen, der Schnupfen, die Erkältung, die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen. Die Grippe, die Magenschmerzen, die Magenschmerzen. Die Zahnschmerzen, die Zahnschmerzen. Halsweh, der Husten, der Husten. Die Allergie, die Allergie. Der Diabetes, der Diabetes. Der Durchfall, der Durchfall. Die Verstopfung, die Verstopfung. Der Rückenschmerz, der Rückenschmerz. Übel, mir ist übel. Übergeben, übergeben. Die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung. Das Thermometer. Das Thermometer. Der Schmerz, der Schmerz. Die Verschreibung. Die Verschreibung. Das Rezept. Das Rezept. Die Impfung. Die Impfung. Impfungen vornehmen. Die Apotheke. Die Apotheke. Der Krankenwagen. Der Krankenwagen. Das Pflaster. Das Pflaster. Die Notfallnummer. Die Notfallnummer. Die Spritze. Die Spritze. Der Verband. Der Verband. Die Krücke. Die Krücke. Die Krücke. Der Rollstuhl. Der Rollstuhl. Das Mittel. Das Mittel. Das Medikament. Das Medikament. Das Schmerzmittel. Das Schmerzmittel. Das Schmerzmittel. Die Tablette. Die Tablette. Das Spritください. Das Gedriere der Pille. der Hustensaft der Tropfen Hast du die Tropfen schon genommen? heilen die Verletzung krank gesund Was fehlt dir? Gute Besserung Wehtun Das tut weh Das tut weh Mein Bein tut weh Mein Bein tut weh Mir tun die Füße weh Mir tun die Füße weh Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Lasst uns einen Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.